Und in der heutigen Folge... Scheiße, Alter, geh aus dem Teil raus! Oh, fuck! Oh mein Gott! Ryan Hart, Leitner Abbrucharbeiter. Ja, der hat gut abgerissen. Darin ist er ja sehr gut gewesen. Die Monika hat es in alle Fetzen zerteilt. Also er macht seinem Job alle Ehre. Wicke. Was? Was zur Hölle war das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte, gerade ist� literal hinter uns. Hallo? Hallo? Hey! Wenn Sie mehr Angst erscheinen, dann haben Sie das geschafft. Sie Arsch! können sie mich vielleicht nicht umbringen wir könnten ich könnte helfen ich würde auch gerne mal zu stechen ist bestimmt lustig ich finde ich finde sie haben dann ganz ganz cooles zuhause gebaut und so wieso wieso haben sie es denn so nachgebaut waren auch bauen lassen von von sie wissen schon dem herrn hh holmes hat er sie so fasziniert wir könnten über so viel quatschen bisschen tee und so was weiß ich weiß die amerikanische tee ist eher britisch aber der hut von holmes passt doch eh dazu ich dachte es ist ein geist der typ zieht uns wie mit so einer wieso speck an der falle so zieht uns entlang und lockt uns immer weiter und weiter wo er es haben möchte ich mag das nicht ich mag es nicht das sieht so ich weiß nicht ob ich das öffnen will da ist irgendwas dran geschnürt gewesen eine figur machen wir mal das da alles klar okay da tut sie was das ist das ich weiß nicht ich trau dem ganzen nicht deswegen eine figur dran untersuchen das ist die andere seite untersuchen oder untersuchen ist die große frage ich möchte das nicht aufmachen und dann sticht er uns von der anderen seite zu weiste ich habe angst machen wir mal den hier okay du kannst es ist halt jede entscheidung die du triffst das war wahrscheinlich das geräusch was wir gehört haben vorhin der hat uns wahrscheinlich beobachtet wie wir gelesen haben also alles in ordnung ist alles gut vorantasten ja das war jetzt irgendwie nimmt das den schrecken aus der ganzen situation raus ne vorantasten und jetzt musst du so nach anstatt nach vorne drücken zu können ist das ist saudämlich zum glück verfolgt uns gerade keiner sonst wäre mit tod irgendwas irgendwas zum aufsammeln irgendwelche spannungen des alltags nicht wirklich habe ich euch erschreckt entschuldigung okay natürlich aber wir haben ja unsere treue visitenkarte hoffentlich kommt er jetzt nicht irgendeine spinne rausgefahren ist nur eine münze okay auch gut nehme ich auch gern mit eingesteckt für mein 20 kammer wozu auch immer aber wir haben sie was du hast hast du hast du Farbeimer und so ja sehr cool ja sehr cool feuer er will kein feuer machen wo führt das hin aus und dann wo führt das hin wahrscheinlich aber vielleicht ein kessel da okay ich dachte wir brennen jetzt gleich andererseits du kannst nichts machen und ich glaube es nicht vielleicht habe ich jemanden verbrannt beziehungsweise er brennt gerade eben ah seine augen geh den schrein auf den grunden das möchte ich eigentlich nicht i don't want to ich glaube nämlich nicht dass sie es so machen dass du bei sowas sterben kannst weil es ist ja nicht weiss ja den evil oder sowas sondern dass du eher halt sterben kannst bei so cutscene mäßigen quicktime events und so oh ah oh ah oh ah jetzt ist alles offen ja upsies ja die figur ist vorhin da dran gehangen oh verdammte scheiße hätte ich da was tun können vielleicht ich habe mich nicht getraut ipsies naja passiert halt ich bin nicht jesus ich würde nicht reingehen komm schon alter ok wirklich digga in der situation bist du so oh ja du bist in der riesen in dem riesen kamin wirklich bro jetzt willst du eine rauchen jetzt dreht er sich um der typist du hier feuer was scheiße alter geh aus dem teil raus oh fuck we're dead we're so fucking dead k w der charlie ist aber schwarz okay schwarzer bildschirm also charlie ist nicht schwarz sondern der du d was macht er ja ein vollidiot sein das ist es muss ich den jetzt irgendwie rausholen oh nein ich glaube das ist ein riesiger wie heißt denn das so das ist kein kamin aber da brennt halt drin ein ofen kein schmelzofen die musik die ganze abspielt ist das irgendwie eine bestimmte musik ich frage mich was es ist nicht gut wenn da jetzt ein funk gesprengt dann ist es vorbei ja hallo jetzt ist er so feuer braucht sie feuer schweißte das feuerzeug rein nein 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 oh nein nimm dem ding das feuerzeug weg schnell man kannst du mal schneller sein im denken ich kann nichts machen es ist literary cutscene ich bin machtlos action hero ich gehe jetzt aufs volleyball fällt und spiel gegen karasuno was ist das gitter anheben tür aufbringen gitter 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 das gibt es wahrscheinlich die bessere möglichkeit weil die tür ist dick mit dem am besten mit der jacke anheben weil es ist heiß und verbrennst du verbrennst du hast du hast doch schon das geht da zur hälfte auf Deswegen habe ich gesagt, du sollst die Jacke nehmen und damit das Gitter anfassen, weil das ist heiß und du verbrennst dir die Finger und so kannst du es nicht gut machen. Ich weiß nicht, was das wirklich hilft, aber die Tür kriegen wir, glaube ich, sicher nicht auf. Okay, bye-bye. I'm just gonna lie down here real quick. Kannst du da irgendwo lang kriechen? Ich weiß nicht, warum er das Gitter zurückschiebt. Gibt es da irgendwo lang oder so? War das die falsche Entscheidung? Ich weiß es nicht. Er schreit. Hätte ich die Tür aufbrechen sollen? Ich weiß nicht. Das ist verwirklich. Ich dachte, er kann da irgendwo hinkriechen, vielleicht, wenn er da unten ist, aber offenbar nicht. Tja, passiert. Ist ja auch Wurst. Mh, schönes Barbecue. Wer gibt es eine schade über Mark und Kate? Was Kate etwas vor Mark zu verbergen hat. Vielleicht verbarg sie es sogar vor sich selbst. Und was haben Sie für Mr. Demet's netten animatroniken? Ich halte sie für recht pfiffig. Einige sehen sehr realistisch aus. Wo er wohl die Teile hernehmen mag. Es wäre nur fair, wenn es zum Ausgleich sozusagen einen Hinweis gäbe. Was denken Sie? Ja, klar, warum nicht, Mann. Ich hör dich gern reden. Die Werke von Sir Arthur Conan Doyle weiter. Ihr habt nur das erste Buch gelesen. So scheint es. Mochte Sherlock Holmes so sehr, dass er dessen Nachnamen annahm. Aber verdammt. Das heißt, ich habe es gemeinsam mit einem Serienkiller? Was sagt das über Detektiv Conan aus? Es ist ein Gehirn ersten Ranges. Regungslos sitzt er, gleich einer Spinne, im Mittelpunkt eines Netzes. Allein dieses läuft in tausende von Fäden aus. Und er spürt das leiseste Zucken eines jeden derselben. Ich hoffe, das hilft. Inwiefern soll mir die Scheiße helfen, Alter? Du meinst, dass er alles sehen kann? Das ist mir schon bewusst. Er hat die Kameras ja nicht gerade versteckt. Für uns. Sie sollten wieder ans Werk gehen. Ich habe zwei Leute umgebracht. Heißt du, ich hätte die Tür aufbrechen sollen? Ne. Blöd gelaufen. Vielleicht hätten wir ja was tun können, anstatt hier dämlich rumzustehen und zu gucken. Tja, das ist jetzt, das finde ich jetzt echt schade. Ich meine, die Aaron war so, okay, war... Ja, hättest du. Aber er, ich mochte den Charlie sogar. Ich bin ein bisschen traurig. Oh mein Gott. Du willst mir sagen, dass er uns beobachtet? Das finde ich jetzt traurig. Ich... Ich hätte ihn gerne überleben sehen. Wir haben keine andere Wahl. Ich bin nicht gut in solchen Spielen. Das habe ich auch nie behauptet. Ich wette, bei mir nippeln alle ab. Ah. La... Es regt mich so auf, dass wir dem Typen genau dorthin laufen, immer wo er uns haben will. Ich hasse das so sehr. Wo sind wir? Naja, nicht mehr in Kansas. Vielleicht hätte ich irgendwas... Ach man, hätte ich irgendwas anderes tun können, um ihn zu retten, um ihm zu helfen und sowas. Wahrscheinlich. Äh... Nun ja. Er ist tot. Daran können wir nichts ändern. Aber ganz komisch ist das irgendwie schon so. Er kriecht ins Gitter runter und dann schreit er sich die Seele aus dem Leib und das war's. Ich bin so... Okay... Komisch. Irgendwie ist es so... Nicht antiklimactic, sondern so... Woher hättest du denn das kommen sehen? Okay... Was ist das? Was hast du denn da in der Hand? Also dein... Dein... Kamera-Ding. So, ich muss mal da runter durch. Da da dee... Da da da... Vor allem... Wie... Der Charlie hätte ja noch anders sterben können, offenbar. Der hat ja, äh... Das, was wir gesehen haben in der Vorordnung... Wie ist so zum Fick? Ist sie jetzt so nach links gegangen? Ich drück nach rechts und sie geht nach links, weil die Alte dazwischen kommt. Ich drück nach links, weil die Alte dazwischen kommt. Nein! Nein! Das glaub ich ja nicht! Ja, natürlich beobachtet er uns! Es ist... Dass die... Die Leute sind so langsam in diesem Spiel. Also ganz ehrlich. Ich mein... Darauf hättest du ja auch schließen können, als wir in den Speisesaal gekommen sind. Und... Gemerkt haben, dass... Unser Gespräch abgespielt wird, oder? Alter, jetzt fick dich doch! Äh... Die Leute rennen mir durch, die Bilder... Ich hoffe, ihr hört das nicht im Hintergrund, wenn... Da geredet wird, jetzt... Da können wir wieder hoch. Fremdlich, äh... Die Durchsage ist ja von der Laura... Was nützliches muss es hier geben? Die Laura, die Gute. Die ja für die, ähm... Oha! Äh, 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 äh... Die ja für die Elektrizität... ...verantwortlich war. Da könnten nützliche Informationen sein. Ja, nehme ich gerne. Was ist das? Ah! Jesse... Clark... Bauleiter. Gut. Bitte wissen. Einmal mal wieder zurücklegen. Ist schön, wie sie es immer so genau zurücklegen, wo es auch vorher war. Kannst du das irgendwie untersuchen? Okay, er kann... Sie kann nur das angucken. Okay. Ich dachte, vielleicht ist er noch irgendwas anderes. Okay, also der Bauleiter ist hier. Ja, dann. Ja, der hoch wieder, nehme ich an. Äh... Mit einem Fuß voran. Der Bauleiter wurde... Ist hier bestorben? Oder wurde hier abgelegt? So ganz komisch. Weil die anderen Leichen... Eine Leiche ist... Im, ähm... Ich rutsche mal hier so ein bisschen rüber. Ich in der Mitte des Bildes. Die eine Leiche hing ja im... Im Gefrierschrank. Und die, äh... Okay. Und er liegt hier? Also... Und die anderen, weiß ich nicht... Opsa. Werden... Für Ersatzteile aufgebrochen oder so? Ich... Komm... Ich verstehe nicht ganz... Was war denn? Was denn? Was denn? Wer? Was? 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 Ich... Das ist so der... Der Rhyme and Reason verstehe ich nicht ganz so. Nach welchen Kriterien wird diese Person aufgehängt? Und nach welchen Kriterien wird die hier dann dort abgelegt? Und die war es nicht was. Na gut. An unser gesamtes Personal von Dr. Pulley. Datum 19. April 1934. Betrefft Deckeneinsturz im Heizungskeller. Sehr geehrte Damen und Herren, der durch einen Rohrbruch in der Wäscherei verursachte Wasserschaden hat zu einem Deckeneinsturz im Heizungskeller geführt, wodurch es zu schweren Schäden an der Heizungsanlage und Wasser zuvor kam. Aufgrund dieser Umstände... Aufgrund dieser Umstände haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Spa sofort zu schließen, bis Reparaturarbeiten durchgeführt werden können, was womöglich einige Monate dauern wird. Die Gäste werden derzeit informiert und gebeten, ihre Zimmer bis zum Abend zu räumen. Mit freundlichen Grüßen. Haar Pulley. Dr. Harold Pulley. Aha. Rechnung. Äh. Columbus Spa. Strukturelle Reparaturen. Reparatur des Heizkessels. Einrichtung. Das können wir nicht bezahlen. Ja, das ist zu viel. Also, blöd für uns. I know you're watching me, but could you quit that shit? Seh dich weiter um. Nein, weißt du, ich hatte jetzt vor, mich hinzustellen und einfach mal zu existieren. The fuck would you mean, sieh dich weiter um? Was anderes kannst du eh nicht machen. Vollidiot. Das ist unglaublich. Na gut, hier ist nichts. Sie startet da oben hin. Is it Jesus? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist... Elizabeth there. I don't fucking know. Sie guckt da oben hin. Ah, kommst du hier durch? Wie bist denn du? Ah ja. Ich wollte jetzt sagen, wie bist du da rüber gekommen, Mann? Offenbar so. Okay. Das ist so merkwürdig. Ich drück hier nach rechts, um nach links zu gehen. Diese Steuerung ist der letzte Rotz. So, was haben wir da? Von wie sie immer so sind. Oh, es muss hier irgendwas geben. Irgendwas muss es geben. So. Nein, muss es nicht. Es könnte doch einfach überhaupt nichts irgendwo sein. Oh, Mann. An alle Gäste mit K-Behandlung. Bitte versammeln Sie sich bei den Türen am Empfang. Gut schaust du aus. Du hast dich gut gehalten. Brüste noch so straff wie damals. Okay, hier geht's A lang. Das ist aber, wenn du dir vorstellst, dass hier kein Killer rumläuft und so. Und wenn es nicht so zusammengefallen wäre, ist das Ganze ganz hübsch. Muss ich sagen, stell dir vor, du kannst hier in den Spa gehen. Was denn? Das Foyer-Schild? Oh, das wollte ich hinführen. In das Foyer? Lobby. Ja, wir schauen mal hier drüben noch. Aha. Also hier geht's weiter. Ah, ah. Untersuchen. Welches soll ich zuerst drücken? Öffnen. Ich wünschte, ich könnte speichern. Aber egal. Ah. Gut. Mit der Macht. Er steht auf der anderen Seite. Wir haben noch eine Chance zu entkommen. Elizabeth Leia. Das war's. Mark, hilf mir mal. Ich glaube, wir kriegen dieses Ding kaputt. Okay. Indem wir es anstarren, oder was? Gut. Oh, für die fuck's sake. Wir rutschen. Na ja, bye-bye, 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 bye-bye. Aber das hat er passiert. Ich will ja nicht scheiße sein, aber ich bin froh, dass wir hier sind und nicht dort. Was? Das steht nicht im Skript. Was? Was? Was war denn das jetzt? Ah, das ist die Sauna. Sehr cool. Mann, ist es hier still auf einmal. Haha. Mark, sammeln eine Stimmungskanone und sag was. Unterhalt die Leute. Ich sehe überhaupt nichts. Ah, da können wir rüberspringen wahrscheinlich. Warte, 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 warte. Finden wir hier irgendwas. Irgendetwas von Spannungsgrad. Hier drüben liegt eine Visitenkarte. Die dritte. Bilder. Einfach Bilder. Bauherr. Dieser Sack. Kannst du... Der hat einfach so viele Visitenkarten. Und in jedem lügt er. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er ja auch all das. Aber... Eindeutig ist es halt, damit er vortäuschen kann. Das und jenes zu sein. Dieser kleine... Oh, und so. Ich dachte gerade... Ist aber nur Therapie. Ich bin so... Ja, die braucht es, die Frau. Die da so weint. Eww. Eww. Brother. Eww. Geh aus dem Weg, Marc. Ich muss da her. Warte, warte. Ja, ja, die Hydrotherapie. Wurde die nicht auch benutzt? Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Für geistig Kranke. Wurde es nicht damals benutzt? Auch so... Weil das angeblich gut ist. Das nicht stimmt. Jesse, ich kündige mit sofortiger Wirkung. Wenn du das hier liest, werde ich die Insel bereits verlassen haben. Such nicht nach mir. Ich kündige. Mir reicht's. Monica. Ist auch komisch. Ich meine, es ist eindeutig fake. In der Hinsicht, dass sie das nicht freiwillig geschrieben hat. Wenn sie es geschrieben hat. Ähm. Aber auch... Wenn das passiert, ne? Wenn du sowas findest. Und dein Kollege halt deswegen... Ah, ja. Loslassen! Lass mich los, du Arschloch! Ich bin... Nein, ich... Ja, die wurde abgestochen. Wenn du das findest du vom Kollegen, ne? Dann musst du doch irgendwie so... Okay, irgendwas stimmt hier eindeutig nicht. Ah, das ist die Laura. Okay. Und der, der wir schon so viel gehört haben. Leitende Elektro... Äh... Neun? Aha, das sind Zahlen. Okay. Leitende Elektroinstallateurin... Elektroinstallateurin. Ich kann heute nicht lesen. Das ist unglaublich. Okay. Die gute Laura. Tja, keiner hat es rausgeschafft, was zu erwarten war. Ich hab's zwar befürchtet, aber... Wie ist die? Du hoffst ja immer, dass doch irgendwie... Viele Türen hier. Hallo? Hallo? Och du meine Güte! Okay, also... Er spielt da nochmal so lustig nach, wie die Leute alle abgeratzt sind. Es ist natürlich immer schön zu sehen. Einfach mal einstecken. Nicht groß drüber nachdenken. Aber da sind viele im Spa unten gestorben. Ich dachte gerade, es sind Knochen, Alter. Ich war schon so... Alter. Der Frank. Bauingenieur. Zehn. Frank Haldemann. Ich glaube, dass die Zahlen sind so... Er war Nummer zehn, sie war Nummer neun. Beim anderen habe ich es nicht lesen können. Das war, glaube ich, ein Zwei. Aber das waren so zwei Striche nämlich. Aber ich glaube... So? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir... Oh, elf. Vielleicht war es eine Elf. Könnte eine Elf gewesen sein. Oh, mein Batteriezustand lässt nach. Moment. Das haben wir gleich. Das nimmt natürlich auch immer die Spannung aus der ganzen Sache. Wenn der Batteriezustand da ist. Soll ich hier durchschauen? Ah, das ist die Lobbytür, ne? Ja, ja. Das ist die Tür, die sie versucht hat aufzubekommen. Das rein theoretisch müsste ja hier hinten irgendwo stehen, die Rothaarige. Aber offenbar... Ach, du heilige Mutter Maria! Ich gehe mal in die Richtung. Ha, 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 ha. Wir haben Spaß. Wir haben hier Spaß. Können wir die hier aufmachen? Nein, natürlich nicht. Irgendwas von Interesse. Nein, hier. Was? Mein Controller hat gerade vibriert. Oder vielleicht bilde ich es mir nur ein. Aber offenbar nichts. Okay. Naja. Können wir es uns anschauen? Hallo? Klettern. Achso. Na gut. Klettern wir halt. Belsen. Wir klettern. Ja! Bleib dran. Natürlich. Okay. Komische... Komisches Gespräch. Bleib dran! Ich habe die überhaupt nicht gesehen. Ich wollte gerade nach links gucken. Du hast zur Hölle mal das. Naja, das war nur eine Schaufensterpuppe. Sei es in Ordnung. Die haben sich ein bisschen erschreckt. Aber ansonsten geht es uns gut. Das ist doch gut. Die kann man doch essen. Okay, 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 okay. Tür ist zu. Ich würde mich ja drunter beugen und reinschauen. Aber vielleicht ist das nicht so gescheit. Also machen wir das vielleicht nicht. Abgesehen davon, dass wir uns eh nicht lassen. Ah ja, natürlich. Natürlich. Wo sind wir hier? Herunterspringen. Okay. Einfach ins Dunkel springen. Klingt vernünftig in so einer Situation. Sieh dich weiter um. Sieh dich weiter um. Ich meine... Ja. Was anderes würde ich tun? Das sind so komische Anweisungen. Ja, also sieh dich weiter um. Bleib nicht stehen. Na, ihr habt es nicht vor. Das hat mich nicht schockiert. Nein. Ich bin okay. Ah. Geld. Das brauchen wir unbedingt. Das ist so dramatisch. Zum Einstecken ist unglaublich. Es muss einen Ausweg geben. Es gibt immer einen Ausweg. Die Frage ist halt... Welchen? So. Ähm. Es ist so scheiß finster. Ich seh überhaupt nix. Ich dachte gerade, das ist im Spiel. Ich schau die Sonne, scheint auf mich herab. Das ist da drüben, Alter. Krieg ich einen Herzinfarkt? Scheiße. Mein Dad redet mit meinem Hund. Und ich dachte schon, das ist... Das ist im Spiel. Digga, das kannst du nicht machen. Ich seh gar nix, Alter. Mann, ist das hier finster. Wie komm ich denn hier raus? Da? Ja, okay. Scheiß, doch die Wandern. Aber es ist die höchste Helligkeit, die es gibt. Aber ich seh Nüsse. Herumstehen bringt nichts. Ja, nein. Wirklich nicht. Aber weißt du was? Auch nix bringt blöde Sprüche abzulassen. Das ist stupid. So, wo lang? Ah, okay. Ist wir jetzt nicht wieder am gleichen Ort? So confused. Fuck. Hier können wir klettern. Ist da irgendwas? Nein. Okay, da kommt sie nicht hin. Sie geht da nicht rüber, also. Gut, einmal da rauf. Alter, im Dunkeln. Es muss einen Weg rausgeben. Ja, ich bin unterwegs. Hetzt mich doch nicht so. Unglaublich. Als ob ich mich nicht bewege. Wenn sie sagen, wenn du irgendwie fünf Meter entfernt bist und du so rumstehst und dich umschaust, ist es in Ordnung. Aber wenn du gerade dabei bist, den Weg zu gehen, weißt du, denke ich mir so, ja, jetzt musst du da nix sagen. Hilf mir hier bitte gerade mal. Hilf mir hier bitte gerade mal. Zack, Kopf ab. Zack, Beine ab. Na gut. Ja, da. Das funktioniert. Meine kleine kleine Hände. So. Cool. Ah, Mann. Die rothaarige. Ich frage mich, ob die lebt. Ich meine, sie wird nicht sterben, solange wir nicht sie spielen. Das wird schon nicht passieren. Aber was die wohl gerade treibt. Ah, da sind wir hier unten. Ah, okay. Das ist da unten, wo der Typ aufgehängt ist. Ich habe seinen Namen vergessen. Jesse? Ich weiß nicht. Okay, und einmal hier drunter durch, was saugefährlich ist, weil jederzeit einer von der Seite reinspringen kann, aber wir haben überlebt. Lebt gut, sehr schön. Sehr schön. Irgendwas zum Aufheben. Die Bauchstrahler. Sehr suspicious. Die Bauchstrahler. Aha, der nächste. Da ist es ja spannend. Da dürfen wir uns gleich den nächsten ansehen, wie die gestorben sind. Ja, es ist wie eine Saw-Falle. Was zum Teufel? Was ist das? Ist das eine Art Botschaft? Er will uns Angst machen. Oder uns was sagen. Hallo. Ich bin's. Euer Mörder für den Abend. Uh, das ist aber bitter, Alter. Drückt mal. Oh, die werden reingezogen, oder was? Oh, und du kannst ziehen? Ja, und ja, je nachdem. Oh, mein Gott. Okay, so ist die Monika also gestorben. Oh, da ist ein Schlüssel. Das ist aber unschön. Okay, so ist die Monika gestorben. Aber wie ist er dann abgeratzt? Er hat es erst überlebt. Ja, ist zu. Okay. Nur zur Sicherheit will ich alles mitnehmen, wenn ich es kann. Verschlossen. Marke aus dem Weg. Ihr musst da hoch. Untersuchen. Wer bist du? Wer bist du? Ryan Hart. Leitender Abbrucharbeiter. Ja, der hat gut abgerissen. Nummer 8. Okay. Darin ist er ja sehr gut gewesen. Die Monika hat es in alles Fetzen zerteilt. Also, er macht seinem Job alle Ehre. Scheiße. Gut, die Monika hat uns nichts hinterlassen, nehme ich an. Gut, dann nehme ich nur den Schlüssel mit. Na. Spa Master, der Generalschlüssel für den Spa. Einmal eingesteckt. So. Das hört sich ein bisschen an wie bei Harry Potter. So, sie in die Kammer des Schreckens kommen. So, Schlüssel. Einmal eingesteckt. So. Ich hoffe, wir werden nicht in so eine Situation kommen. Wo die zwei halt, ähm, nun ja, in Monikas Schuhen stecken. Weißt du, zwei gegeneinander. Freunde gegeneinander. Da kommt es halt drauf an, wer die... Boff. Äh. Naja, der Mann ist wahrscheinlich kräftiger auch gewesen. Abbruch-Mist-Kerl. Ähm. Aber wer auch mehr überleben möchte, das ist, ähm... In so einer Situation. Was willst du machen? Du willst halt leben, nicht wahr? Oh nein. Ja, es ist... Da kann ja überhaupt niemand stehen. Es hat uns überhaupt niemand beobachten können. Das war jetzt nur die Kamera, die gruselig sein wollte. Lächerlich, sowas. Bitte ein bisschen Realismus hier. Den gaspande. Das ist so, dass du eine Typische, dieikerin auftraten auseinbarer, vom Künstler und verbrauchen kann. Das war jetzt nicht. Das war jetzt nur erste Zeit. Ich habe die Möglichkeit. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein.